In diesem Video geht es wieder um das Spiel Tic-Tac-Toe, an dem ich euch einige der wichtigsten Konzepte der Objektorientierung in C++ erkläre. In den letzten Videos habe ich euch schon das UML-Klassendiagramm für dieses Spiel erklärt und euch gezeigt, wie man Klassen gemäß diesem Diagramm implementiert. So und hier geht es jetzt darum, wie man Objekte dieser Klassen instanziiert und die Methoden der Klassen auf diese Objekte anwendet. Und das Ganze mache ich an einem Beispiel einer Klasse, die selber keine Ausgaben erzeugt und um trotzdem testen zu können, ob die Klasse das Richtige tut, werde ich den Debugger als ein wichtiges Tool in der Softwareentwicklung vorstellen und euch zeigen, wie man diesen Debugger verwendet. Ich starte jetzt hier in der Datei main.cpp auf der rechten Seite und erzeuge hierin ein Objekt vom Typ Playground Model. Das Instanziieren einer Klasse funktioniert also im Grunde genauso wie beim Deklarieren einer Variablen. Man gibt zunächst den Datentyp an, das ist hier Playground Model und dann noch einen Bezeichner, den ich hier kurz M genannt habe. Dann müsst ihr noch darauf achten, dass ihr auch die richtige Header-Datei eingebunden habt, damit die Klasse Playground Model überhaupt bekannt ist. So außerdem lege ich noch eine Variable bret oder breturn vom Typ bool an, die ich gleich brauche, um den Rückgabewert der Methode makeEntry zu speichern, über die ich gleich einen Eintrag in das Spielfeld vornehmen werde. So hier möchte ich jetzt also die Methode makeEntry auf das Objekt M anwenden. Dazu gebe ich das Objekt an und über den Punktoperator bekomme ich dann den Zugriff auf alle Attribute und Methoden der Klasse, die public sind. In diesem Beispiel gibt es keine Attribute, die public sind, sondern nur eben diese Methoden hier. Und davon wähle ich eben die Methode makeEntry aus. Beim ersten Aufruf von makeEntry soll in das Feld 2 der Zustand von Player 1 gespeichert werden und beim zweiten Mal versucht dann Player 2 in dasselbe Feld seinen Zustand zu setzen. Beim ersten Mal sollte also alles glatt gehen, aber die Eingabe von Player 2 sollte dann wiederum abgewiesen werden. So und zum Schluss lösche ich wieder das gesamte Feld. Wenn ich dieses Programm jetzt starte, sieht man erstmal gar nichts in der Konsole. Das ist klar und auch so gewünscht, weil in der Klasse ja keine Ausgaben gemacht werden. So, aber wie kann man jetzt kontrollieren, ob die Werte in den Attributen überhaupt korrekt gesetzt werden? Also wie kann ich zum Beispiel sehen, dass der Spieler 1 seine Markierung in das Feld 2 gemacht hat, aber der Eintrag von Spieler 2 in dasselbe Feld abgewiesen wird? Oder wie kann ich sehen, dass das Löschen des Spielfelds korrekt funktioniert? So genau dafür gibt es eine Möglichkeit, Haltepunkte zu setzen. Bei einem Haltepunkt stoppt also die Ausführung des Programms und man bekommt dann die Möglichkeit, sich die Zustände, also die Werte der Variablen und Attribute, die im Programm verwendet werden, anzusehen und zu überprüfen, ob das Verhalten der Software mit meinen Erwartungen übereinstimmt. Um einen Haltepunkt zu setzen, klicke ich einfach in der grauen Leiste hier links neben dem Editor in die Zeile, in der die Ausführung des Programms anhalten soll. Dann erscheint also so ein roter Punkt, der also den Haltepunkt markiert. Und an diesem Punkt hier in Zeile 9 sind also schon das Objekt vom Typ Playground Model und die Bool-Variable erzeugt. Das heißt, hier kann ich dann also den Zustand des Feldes nach der Initialisierung sehen. Und auf die gleiche Weise setze ich noch weitere Haltepunkte jeweils nach jedem Aufruf einer der Methoden hier. So, jetzt starte ich das Programm nochmal, aber Achtung! Jetzt muss ich nämlich die Option wählen, Debuggen starten oder über Shortcut F5 und nicht starten ohne Debuggen, weil dann nämlich die Programmausführung nicht angehalten würde. So, dann seht ihr also, dass das Programm hier bis zur Zeile 11 ausgeführt wird, aber bevor der Code in der Zeile 11 abgearbeitet wird, das Programm dann anhält. So, jetzt wollen wir Variablen überwachen und das können wir machen, indem wir hier auf die erste Variable, die wir überwachen wollen, nämlich das M, mit dem Rechtsklick klicken und dann sagen, Variable zur Überwachung hinzufügen. Dann öffnet sich hier dieses Fenster, überwachen, in dem wir schon einige Variablen drin haben, nämlich M und auch die bool-Variable b-red. Den Wert von b-red sieht man hier gleich, der ist in diesem Zustand des Programms also noch false. Aber M ist ein komplexer Datentyp, um auf die Werte hierin zugreifen zu können, muss sich diese Variable sozusagen ausklappen. Und dann sehe ich auch das Attribut Field, das ja selber wieder ein zweidimensionales Array mit 3x3, also insgesamt neun Elementen ist, die dann mal jetzt hier sieht. So, zu diesem Zeitpunkt der Programmausführung haben also alle Elemente den Wert empty. Jetzt drücke ich erneut F5, womit ich dann die Ausführung des Programms fortsetze bis zum nächsten Haltepunkt. Jetzt wird also die Methode makeEntry ausgeführt und der Spieler 1 macht seine Markierung in das Feld 2. Und im Überwachungsfenster sieht man das Ergebnis dieser Operation, und zwar werden hier alle Änderungen gegenüber dem letzten Haltepunkt rot dargestellt. Das Feld mit der Nummer 2 ist dieses hier, in dem jetzt der Wert Player 1 steht. Und der Rückgabewert von makeEntry in b-red ist also true. Jetzt setze ich das Programm wieder fort. Player 2 will also ebenfalls in das Feld 2 schreiben, was aber verhindert wird. Und das sieht man jetzt daran, dass der Wert in diesem Element unverändert bei Player 1 bleibt und der Rückgabewert hier unten false ist. Und im letzten Schritt des Programms werden dann mit clear field alle Elemente wieder auf empty zurückgesetzt. So, auf diese Weise kann man also Haltepunkte dazu nutzen, das Programm auch ohne Konsolenausgaben zu testen. Es gibt darüber hinaus noch ausgefeiltere Möglichkeiten, den Programmablauf zu überwachen, zum Beispiel indem man Haltepunkte mit einer Bedingung versieht. Das Programm an einem Haltepunkt dann also nur anhält, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Darauf gehe ich jetzt hier aber nicht weiter ein. Ich will euch jetzt nur noch zeigen, wie man die Haltepunkte entfernt. Wenn ihr auf den Haltepunkt mit Rechtsklick klickt, bekommt ihr dieses Auswahlmenü hier. Und hier habt ihr die Option Haltepunkt löschen oder auch Haltepunkt deaktivieren. Wenn ihr deaktivieren wählt, bleibt die Markierung gesetzt, aber das Programm hält dort eben nicht mehr an. Über Haltepunkt löschen wird der Haltepunkt tatsächlich auch gelöscht. Und über das Menü Debuggen hier oben bekommt ihr auch die Möglichkeit, alle Haltepunkte zu deaktivieren oder alle Haltepunkte zu löschen. So, in diesem Video habt ihr also gesehen, wie man eigene Klassen instanziiert und die Methoden der Klassen auf die Objekte anwendet. Und nebenbei habe ich euch auch gezeigt, wie man den Debugger dazu verwendet, den Programmablauf zu überwachen, um so Informationen über den korrekten Programmablauf zu bekommen. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Tic-Tac-Toe-Beispiel. Und da zeige ich euch, wie man die Beziehungstypen Aggregation und Komposition aus dem UML-Klassendiagramm implementiert.